Ich bin Ting, komme aus China. Ich bin nach Deutschland gekommen wegen des BWL-Studiums, weil ich eine zweite Fremdsprache neben Englisch lernen möchte. Während des Studiums habe ich eine Praktikung bei PwC im Bereich Audit gemacht und danach bin ich bei PwC geblieben. Für mich bedeutet der Job, dass ich die Lösung rechtzeitig für meine Kunden herausfinde, dass ich die richtigen Ressourcen bei PwC binde und das gibt mir ein Erfolgsgefühl im Leben. Für mich in den letzten Jahren habe ich festgestellt, es ist wichtig, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und dabei deren Entwicklungspotenzial erkennen. Stolz bin ich darauf, dass ich das China-Geschäft hier bei PwC im Bereich Audit in Düsseldorf mit aufgebaut habe. Für mich ist es wichtig, dass man einen Job hat, den man liebt, mit dem man sich gerne jeden Tag lang als acht Stunden beschäftigen kann oder möchte. Wenn man Schwierigkeiten oder Probleme auf der Arbeit hat, dann darf man sich nicht direkt zurückziehen, sondern muss man aktiv nach einer Lösung suchen und gegebenenfalls Kollegen und Vorgesetzten darauf ansprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017